Ich heiße Matthias Lühn und ich habe jetzt gerade den ersten Teil der Red Trilogie von Linda Nagata gelesen. Also es ist ganz bestimmt keine reine Krachbum-Sci-Fi-Geschichte. Das ganz bestimmt nicht. Es gibt sehr wohl eine sehr viel tiefer gehende Grundfrage, die sich die Autorin gestellt hat. Also was treibt uns, was macht uns aus und was führt letztlich dazu, dass wir die Entscheidungen treffen, die wir treffen? Und wer ist ich? Ich frage mich, ob die Nario meine Schädelkappe versorgt hat. Oder vielleicht ist das der Kater, der einer scheißegal Pille folgt. Also was sind wir? Wer sind wir? Was sind unsere Handlungsmodule, Prinzipien, Ethiken und so weiter und so weiter? Also das bringt sie alles aufs Tapet und das ist sehr spannend. Ja, der erhebt natürlich auch moralische Fragen, was sich bei dem Thema Militär immer ergibt. Wofür kämpfe ich? Mit welchen Mitteln kämpfe ich? Wie weit gehe ich? Und für was lohnt es sich zu sterben? Fragezeichen. Was zur Hölle stimmt mit mir nicht? Ich zucke zusammen, als ein grünes Fragezeichen in meinem Overlay aufflackert. Unbekannter Anrufer? Ich habe keine Freigabe für Telefonanrufe. Ich frage mich, ob ich annehmen soll, dann tue ich es. Und es ist niemand dran. Die Leitung verarscht mich doch. Ähm, diese Fragen stellt sie sich auch und sie unterzieht den Hauptcharaktere einer starken Prüfung. Bin kaum durch die Tür gegangen, da schlägt ein Gefühl der Dringlichkeit in meinem Hirn ein. Jetzt, flüstert Gott. Auf jeden Fall jedem, der Sci-Fi mag, und zwar Sci-Fi in naher Zukunft. Also, wie zum Beispiel bei Darknet oder Daemon, wo es ja durchaus eine sehr nachvollziehbare oder wahrscheinliche Zukunftsvision, Dystopie gibt, die jetzt nicht irgendwo im Weltraum spielt oder wo man sich denkt, ach Gott, ja, das ist irgendwas, was mal vielleicht irgendwann stattfinden könnte oder vielleicht auch nicht, aber es kann uns nicht interessieren. Also, diese Zukunftsvision, die sie, oder Version, die sie entwirft, die ist sehr wohl real und die liegt, glaube ich, sehr auf der Hand und das könnte unsere naher Zukunft sein. Also, alle diejenigen, die Sci-Fi mögen, werden das auf jeden Fall gutieren können, denke ich mal. Und auch alle diejenigen, die sich mit ernsthafteren Fragen innerhalb eines, ja, was ist das, Thriller, Roman auseinandersetzen wollen, auf jeden Fall. Also, es ist nicht nur für Military-Fans, sondern auch für Leute, die sich eine gute, spannende Geschichte erzählen lassen wollen.